Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Das freut mich echt. Heute gibt es mal ein Video, meine Pferde im Stall. Das gab es ja schon mal und das habt ihr so, 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 so gefeiert. Deswegen dachte ich so, hm, mach es doch nochmal. Deswegen sind jetzt ein paar neue und ein paar alte da. Und ich würde sagen, wir fangen an und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Schaltet ja nicht an, denn am Ende komme ich wieder. Das erste Pferd ist Night Magic. Es ist ein R oder eine Sie oder keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einmal, Sie ist Level 1 und die reite ich schon ziemlich oft. Einfach auch, weil es Clubpferd ist und ja, ich habe sie noch nicht gelevelt, weil ich einfach keine Lust dazu hatte. Und ja, das ist sie auf jeden Fall. Und ich reite sie ziemlich oft und ja, warum ist sie noch Level 1? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich würde sagen, gehen wir zum nächsten. Dark Shadow! Ja, Dark Shadow ist ausgelevelt der Gute. Ja, warum da hinten ein Schleifchen ist, bitte fragt gar nicht, dazu komme ich am Ende. Ja, eins auch von meinen Lieblingspferden, da ich ihn auch super, super, super gerne reite und ich ihn am meisten reite. Und er wird auch nie auf die Pferden geschickt. Deswegen wird auch, wenn ich weitere Videos mache in meinem Stall, dann wird er auf jeden Fall immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder drankommen. Also gewöhnt euch an ihn. Da ist der hübsche Midnight King Level 10. Den habe ich schon sehr, sehr fleißig gelevelt, was für mich sehr, sehr hoch ist. Ihn reite ich eigentlich ziemlich oft und auch gerne. Ich bin außerdem ein Easy verrückt. Ich habe, glaube ich, vier Isis, aber ja, nicht alle auf der, im Heimi. Ich glaube, ich habe drei Isis habe ich im Heimi. Und ja, da ist der hübsche. Da ist Cookie Twin! Mein ausgeleveltes Pferd. Oha, also ich möchte einen richtigen Applaus jetzt hier. Mein F-Ausgeleveltes Pferd. Ja, dass sie oder ihn weiß, was es ist, reite ich total gerne. Und er wird niemals auf meiner Pferdeinsel sein, weil ich so ein verrückter Easy-Freak bin. Und das ist mein erster Easy, wo ich gekauft habe. Und ich liebe das Pferd so abartig. Es ist eindeutig eins meiner Lieblingspferde. Und ja. Hallo, einen richtigen Applaus, weil ich es ausgelevelt habe, oder? Was meint ihr dazu? Da ist sie, Snow Queen! Äh, meine Stimme. Sie ist Level 9 und ich levelte mit Eva richtig fleißig, weil wir gesagt haben, wir möchten von Level 1 bis Level 15 zusammenleveln. Und ja. Sie reiche ich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin Easy-Verrückt. Ich könnte am liebsten alle Isis haben. Und ja. Ich hoffe, dass ich sie noch sehr, sehr lange mag. Und ja. Das war's auch schon. Das ist Duel Princess. Ähm, sie ist noch Level 2. Sie war eine sehr, sehr lange Zeit auf der Pferdeinsel. Und ja. Ich frage mich eigentlich, warum, weil ich reite sie sehr, sehr gerne. Aber ich weiß nicht. Ich habe sie immer auf der Pferdeinsel gehabt. Heute habe ich sie zurückgeholt. Und ja. Sie muss ich auf jeden Fall noch leveln, aber wenn ich Zeit habe, ist die andere Frage. Und ja. Sie gibt es übrigens in New Hill Quiz. Nee. Oh, doch, doch, doch. Ice Kiss. Das ist auch einer meiner Lieblingspferde. Mit ihr habe ich schon so viele Champs gewonnen. Ich kann, ich blende euch, ähm, ähm, wenn ich fertig bin mit Tränen, einfach empfiehlt an, wie viele Medaillen ich mit ihr schon gewonnen habe. Sie ist Level 12 und ja. Ich bereue es, oder 13 oder 12, ja. Ähm, ich bereue es ein bisschen, dass ich sie auf Level 12 gemacht habe. Weil mit 11 habe ich jedes Champs mit ihr gewonnen und mit 12 auf einmal nicht mehr. Und ja. Jo, das war es auch schon zu ihr. Ich kann sie auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Wer Morgans mag, der muss sie einfach kaufen. So, und wer das nicht kennt, Gold Power. Das ist neu. Schaut unbedingt das Pferde-Kopf-Video an. Ich verlinke es euch in der Infobox. Schaut es unbedingt an. Sie ist, oder, ja. Ich glaube, ja. Sie ist Level 5 und ich weiß, wie sie levelt. Ich bin momentan gerade am level. Bin fleißig dran. Und ja. Ich finde sie ewig schön. Sie hat ein bisschen so einen lilanen Stich, findet ihr nicht? Feier es! Hi an euch. Okay, es hat jetzt gar nichts mit dem Video zu tun. Ja, also ich finde, die hat ein bisschen einen lilanen Stich. Ja, auf jeden Fall war's das mit ihr. Bis gleich. Da ist Dark Angel. Ja, das ist sie. Ähm, mit dem Haar... Also, mich habt ihr wahrscheinlich nie mit ihr gesehen, weil ich nicht so ein ARA-Fan bin eigentlich, obwohl ich zwei hab. Aber, ähm, ich finde sie eigentlich schön und, ähm, ich finde den Schweif nur hier ein bisschen komisch. Ich finde das ein bisschen hochgesetzt und, ja. Ähm, sie ist Level 5 und, ähm, ich weiß jetzt schon, als ich sie nicht ausleveln werde, weil ich nicht so ein ARA-Fan bin, aber, ähm, ja. Sarah hat damals ein Pferdekauf-Video gemacht und ich kann's euch ja mal in der Infobox verlinken, wenn ihr euch das anschauen wollt. Sophia Princess! Level 11. Ich weiß nicht, ob ich Sophia Princess richtig ausgesprochen hab. Auf jeden Fall ist sie, ähm, ein Andalusia, wie man sieht. Und ich reite sie eigentlich sehr, sehr wenig. Trotzdem finde ich sie ewig geil. Aber ich weiß nicht. Ich reite sie voll selten eigentlich. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hab euch jetzt alle meine Pferde gesagt, ein bisschen was dazu gesagt. Und ich möchte mich jetzt schon mal vorab entschuldigen für die Geräusche im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich hab einen Ventilator. Wir haben gerade über 30 Grad und es ist extrem heiß. Und ohne Ventilator halte ich es hier nicht aus und ich wollte trotzdem dieses Video drehen. Auf jeden Fall, schön, dass ihr alle wieder mit eingeschalten habt. Und, ja. Video ideen gerne in die Kommentare. Ich bin für jedes neue offen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist mein... Ich freu mich jetzt schon auf die Arbeit. Nicht, weil... Es wird eine Mega-Arbeit sein, weil ich hab ja jedes Video aufgenommen. Und, ja. Aber solange es euch gefällt. Und das ist ja das Mindeste. Und ich hoffe, die Arbeitsmaterialien sind sehr gut. Ich möchte noch was sagen, warum ein paar Mitzahmenzeugen, ein paar Ohren. Die Mitzahmenzeugen, die hab ich die letzte Zeit sehr, 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 sehr oft geritten. Und das gleiche Outfit immer dazu gehabt. Und warum ihr denkt, hä, warum hat das Schleifchen da... Keine Ahnung. Aber ich muss... Mein Rucksack war damals voll. Ja, voll vieles Sackgäumste. Ähm, deswegen, ja. Übrigens, warum ich so wenige Sackgäumste hab. Ich hab mir ja letztens dieses Gold-Power geholt. Und die haben alle dieses gleiche Smiley. Niemand hat ein perfektes Smiley. Und ich hoffe, von euch hat das... Außer Nightmagic. Ich hoffe, einfach hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr lasst mir super gerne ein Feedback da. Und ich würde sagen, schau euch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freu mich. Und bis dahin sag ich... Ciao. Eure Stel. Tschüss. 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 Vielen Dank.